Hallo zusammen, herzlich willkommen zu den Update News vom 22. August. Heute ist es soweit, der Trakener zieht nach Jorvik und kommt in drei Farben. Wir haben zum einen für die ersten vier Wochen ab Level 1 kaufbar für 750 Star Coins je Pferd, aber eben ab Level 1 kaufbar der Schecke in Fort Pinter und die anderen beiden stehen beim Silverglade Landgut. Und diese sind dann ab Level 9 kaufbar, ebenfalls für 750 Star Coins. Zum einen der braune, den wir bereits aus dem Teaser kennen. Und als dritte Farbvariante finden wir dort auch noch einen total knuffigen Apfelschimmel. Und damit haben wir eine recht unterschiedliche Farbwahl für den Anfang. Nicht zeigen werde ich jetzt den Pferdemarkt. Der ist nämlich diese Woche im Westkap Fischerdorf. Wer ich es aber gerade ein bisschen eilig habe und lieber noch schnell ein Pferdekaufvideo machen möchte, bevor ich mich ins Freibad packe, erzähle ich euch das einfach nur. Also Pferdemarkt noch im Westkap Fischerdorf. Ja, und dann sehen wir uns gleich noch wieder zu einem Kaufvideo.